Du denkst, dass an menschlichen Knochen nichts aufregend ist? Außer natürlich, du findest sie in deinem Kleiderschrank. Aber normalerweise sind sie unter mehreren Schichten von Zellen und Geweben versteckt. Sie sind dicht, hart und unscheinbar. Aber sind sie das wirklich? Deine Knochen schützen nicht nur deine inneren Organe und helfen dir beim Bewegen, sondern speichern auch Fett und Mineralien. Deine Blutzellen werden dort produziert. Und das meiste Knochengewebe ist gar nicht so fest. Komm mit auf eine Reise durch deine Knochen und schau sie dir mit eigenen Augen an. Für diese Reise musst du aber erst durch mehrere Schichten Gewebe. Zuerst musst du dich durch die Haut zwängen. Sie ist dein größtes Organ. Sei vorsichtig! Es ist ein Labyrinth aus Haarfollikeln, Schweißdrüsen, Nervenenden und Blutgefäßen, in denen du dich leicht verirren kannst. Direkt unter der Haut befindet sich eine Fettschicht. Ihr Hauptzweck ist, deinen Körper warm zu halten. Diese Schicht besteht aus winzigen Tüten und jede ist mit einem Tropfen Fett gefüllt. Du könntest Schwierigkeiten haben, dich in diesen Fettzellen zurechtzufinden. Nachdem du diesen Hindernisparcours absolviert hast, befindest du dich in deinen Muskeln. Ihre Zellen, faserig und lang, sind immer bereit, in Aktion zu treten. Sie transportieren deinen Körper, wo auch immer du ihn willst. Durch diese Gewebeschicht zu kommen, ist etwas knifflig, weil Muskelzellen einen Strang bilden und das macht sie so stark. Stell dir vor, du nimmst einen Strang-Gummibänder und streckst sie. Hart? So hart ist dein Muskelgewebe. Schließlich erreichst du dein Ziel und siehst eine dünne, dichte Membran. Das ist die äußere Schicht eines Knochens. Diese Schicht besteht hauptsächlich aus Bindegewebe, das aus Proteinen besteht. Außerdem siehst du zahlreiche Blutgefäße. Ihre winzigen senkrechten Äste verzweigen sich tiefer in den Knochen, um die Knochenzellen zu ernähren. Du siehst, dass diese Adern in winzigen Kanälen liegen. Das Innere dieser Oberflächenschicht ist mit Stammzellen gefüllt. Sie sind in der Kindheit am geschäftigsten und werden im Alter weniger aktiv. Aber wenn ein Knochen beschädigt ist, springen sie in Aktion und machen sich daran, ihn zu reparieren. Zum Glück sind all deine Knochen intakt. Aber wenn es zu einer Fraktur kommt, siehst du in der Nähe liegende Gefäße Bluten und es bildet sich ein dicker Klumpen rund um die Verletzung. In etwa zwei Tagen ist die Gegend von unzähligen Knochen produzierenden Zellen umgeben. Sie fangen an, sich zu verändern, verwandeln sich in verschiedene Arten von Zellen und bilden Knochenmasse zwischen den Bruchenden. Und weiter geht es zum härtesten Teil deines Knochens, die äußere Knochenschicht. Sie ist glatt und fest. Wegen ihrer Dichte wird sie auch kompakter Knochen genannt. Und das ist auch der Grund, warum Röntgenstrahlen, die normalerweise durch alles durchdringen können, auch durch deine Weichteile, kaum durch Knochen dringen können. Dieser Teil macht 80% deiner gesamten Knochenmasse aus. Es ist unglaublich schwer, sich durch den kompakten Knochen zu quetschen, weil er aus zahlreichen mikroskopischen Säulen besteht. Im Inneren dieser Säulen befinden sich noch mehr knochenproduzierende Zellen. Und in der Mitte gibt es einen zentralen Kanal, der Nervenfasern und Blutgefäße des Knochens verbindet. Die Säulen verlaufen entlang des Knochens und verhindern, dass er sich verbiegt oder bricht. Wenn du durch diese super harte Schicht gekommen bist, ändert sich das Bild dramatisch. Du befindest dich im schwammigen Knochenbereich. Getreu seinem Namen sieht er aus wie ein Schwamm oder eine Honigwabe, die aus winzigen Nadeln besteht. Dieses Knochengewebe ist viel weniger dicht als der kompakte Knochen, dafür flexibler und auch viel leichter. Du siehst, dass sich das schwammartige Gewebe nur bei den Enden des Knochens befindet. Das bedeutet, dass du dich in einem der langen Knochen befindest, dessen Struktur ist ein bisschen anders. In der Mitte hat er etwas, das für dich wie ein Tunnel aussieht. Er besteht aus einem kompakten Knochen, der einen Hohlraum umgibt. Darin ist eine spezielle Substanz. Sie heißt gelbes Knochenmark und ist reich an Fett. Aber kommen wir nochmal zum schwammigen Knochen zurück. Du findest ihn meistens an den Enden der langen Knochen, in den Wirbeln und in der Nähe der Gelenke. In diesem schwammartigen Gewebe gibt es offene Stellen. Sie sind mit rotem Knochenmark gefüllt, das Blutzellen produziert. Reisen wir weiter durch das menschliche Skelett und entdecken, dass es aus fünf Arten von Knochen besteht. Lange Knochen, sie sind viel länger als sie breit sind, zum Beispiel deine Oberschenkel- oder Oberarmknochen und deine Zehen und Finger. Flache Knochen, sie sind dünn und leicht gebogen. Diese Knochen sehen wie ein geschichteter Kuchen aus, wie schwammiger Knochen, der zwischen zwei parallelen Schichten kompakter Knochen eingebettet ist. Deine Rippen und die meisten Knochen in deinem Schädel sind flache Knochen. Kurze Knochen sind wie Würfel geformt. Sie bestehen aus einer dünnen Schicht kompakter Knochen und im Innern ist schwammiger Knochen. Kurze Knochen befinden sich in deinen Hand- und Fußgelenken. Sesambein, das sind Knochen, die von Sehnen umgeben sind. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Sehnen von den Gelenken fernzuhalten. Du hast davon viel in deinen Füßen, Händen und an den Knien, einschließlich der Kniescheibe. Diese Knochen bekamen den Namen, weil sie wie Sesamkörner aussehen. Unregelmäßige Knochen, sie passen in keine Kategorie, weil ihre Form zu kompliziert ist. Darunter fallen die meisten Knochen in deinem Gesicht und Schädel. Das Skelett eines erwachsenen Menschen besteht aus 206 Knochen und jeder von ihnen hat seine eigene Funktion. Wusstest du, dass wir Menschen mit fast doppelt so vielen Knochen geboren werden? Aber während du aufwächst, verschmelzen diese kleinen Knochen miteinander und bilden die großen Knochen eines Erwachsenen. Wenn ein Knochen gebrochen ist, können die umliegenden Knochen auch nicht mehr richtig arbeiten. In der Regel dauert es etwa 12 Wochen, bis ein Knochen verheilt ist. Der kleinste Knochen in deinem Körper ist viel, viel kleiner als ein Centstück. Dieser Knochen heißt Steigbügel und befindet sich in deinem Mittelohr. Das winzige Ding wiegt so viel wie zwei Sesamkörner. Alle 10 Jahre bekommst du ein neues Skelett, weil jedes Jahr etwa 10% des Mineraliengehalts deiner Knochen erneuert werden. Der Durchschnittsmensch geht 1-3 Millionen Schritte pro Jahr. Deshalb müssen Knochen so widerstandsfähig sein, sonst würden sie unter der Belastung zusammenbrechen. Der längste und stärkste Knochen befindet sich in deinem Bein. Der Oberschenkelknochen, Femur genannt, verläuft von der Hüfte bis zum Knie. Auch wenn deine Zähne Teil des Skelettsystems sind, zählen sie nicht zu den Knochen. Mehr als die Hälfte aller Knochen in deinem Körper befinden sich in deinen Händen und Füßen. Der einzige Knochen in deinem Körper, der nicht mit einem anderen verbunden ist, ist das Zungenbein. Es ist ein V-förmiger Knochen an der Basis deiner Zunge, der sie an ihrem Platz hält. 1% der Menschen wird mit einer 13. Rippe geboren. Deine Knochen sind nicht weiß. Ihre Farbe ist außen eher gelb oder rosa und innen tiefrot. Das liegt an den Blutgefäßen in und um sie herum. Wenn du dir einen Knochen brichst, heilt er von selbst, indem er neue Knochenzellen produziert. Der Gipsverband hilft ihm nur in Ruhe zu heilen. Wir Menschen wissen schon lange, wie man mit gebrochenen Knochen umgeht. Schon im alten Ägypten, etwa 1600 Jahre vor Christus, wurden gebrochene Knochen gerade gerückt und mit einem Leinenverband verbunden. Du kannst deine Knochen nicht kontrollieren. Du kannst nur den Muskeln, die an dem Knochen hängen, sagen, wohin es gehen soll. Deine Knochen erreichen ihre maximale Dichte im Alter von 30 Jahren. Nur 10% der Tiere auf der Welt, einschließlich des Menschen, sind Wirbeltiere. Das heißt, sie haben ein Skelettsystem. Eine Beschichtung aus speziellem Gewebe, Knorpel genannt, bedeckt die Knochenenden und verhindert so, dass Knochen direkt aufeinander reiben. Der Zahnschmelz, der deine Zähne bedeckt, ist noch stärker als deine Knochen. Er schützt das empfindliche Gewebe und die darunterliegenden Nerven. Das größte Gelenk in deinem Körper ist dein Knie. Es muss groß sein, denn es verbindet gleich drei große Knochen. Den Femur, der von der Hüfte zum Knie reicht, die Kniescheibe und das Schienbein. Manche Gelenke bewegen sich kaum oder gar nicht. Sie befinden sich zwischen den Zähnen, im Inneren des Schädels und zwischen dem ersten Rippenpaar. Knochen speichern Mineralien, zum Beispiel Calciumphosphate. Diese können bei Bedarf in deinen Blutkreislauf abgegeben werden. Und schließlich der sogenannte Musikantenknochen. Auf Englisch Funnybone, aber das ist gar kein Knochen. Es ist ein Nerv, der in deinem Ellenbogen verläuft. Wenn du dir ungünstig den Ellenbogen anhaust, spürst du einen stechenden Schmerz. Der Oberarmknochen, durch den der Nerv verläuft, wird Humerus genannt. Aber der Schmerz ist eindeutig nicht funny. Es kann aber lustig sein, wenn es jemand anderem passiert. Sieh dir den muskulösen Kerl dort drüben mit der orangefarbenen Haut an. Er hat eine geraume Zeit auf dem Mars verbracht. Deshalb sieht er so aus, als hätte er den falschen Farbton Selbstbräuner verwendet. Siehst du? All diese Carotinoide in Karotten, Süßkartoffeln, Paprika, Tomaten und Kürbissen, schützen ihn vor diesen UV-Strahlen. Je mehr er isst, desto orangefarbener wird er. Und was seine Robustheit betrifft, so geht es dabei ganz um die Mars-Schwerkraft. Die Schwerkraft hier lässt uns unser Gewicht anders wahrnehmen. Und wenn du auf dem Mars der Boss sein willst, musst du schwer essen. Beispielsweise fühlt sich es sich an, als wären 150 Pfund auf der Erde nicht mehr als 55 Pfund auf dem Mars. Deshalb kann übermäßiges Essen helfen, die Lücke zwischen Schwerkraft und Gewicht zu verringern. Mercury ist eine ganz andere Sache. Es ist tagsüber heißer als georgischer Asphalt, nachts aber kälter als Elsass Schloss. Man muss aus einem Metall mit hohem Schmelzpunkt gemacht sein, um hier überleben zu können. Aber für uns normale Menschen, wären wir Toast. Wörtlich. Obwohl der Merkur der Sonne am nächsten ist, ist die Venus immer noch der heißeste Planet. Leben auf der Venus. Eher wie das Leben auf der bösen Zwillingssonne. Die Temperatur liegt hier normalerweise im Durchschnitt bei etwa 870 Grad Fahrenheit. Das Überleben am Siedepunkt von Wasser oder in der extremen Hitze der Venus, stellt für die meisten irdischen Arten eine Herausforderung dar. Nur eine ausgewählte Minderheit kann siedend heiße Temperaturen ertragen. Andere eilen bei den ersten Strahlen der Frühlingssonne zu Starbucks, um einen Eiskaffee zu holen. Also kann kein Mensch wirklich genug evolvieren, um auf der Venus zu überleben. Die einzigen Lebewesen, die dort wahrscheinlich gedeihen könnten, sind vermutlich Tardigraden und diese Sonderlinge, die überall scharfe Soße drauf machen. Sie fragen sich, was Tardigraden sind? Nun, das sind winzige und niedliche raupenartige Kreaturen, die eine bemerkenswerte Robustheit besitzen. Sie können kochendes Wasser, die Tiefen eines Meergrabens und das eisige, lichtlose Vakuum des Weltraums aushalten. Kürzlich wurden Tardigraden in eine wissenschaftliche Studie an Bord eines Raumfahrzeugs einbezogen, das leider auf dem Mond abgestürzt ist. Wissenschaftler spekulieren, dass die Tardigraden den Aufprall überlebt haben könnten. Hey, möchtest du dich in dieses Wesen verwandeln und auf der Venus leben? Wir sind fertig mit den terrestrischen Planeten. Gehen wir weiter, zu den Gasriesen. Jetzt schau dir diesen Kerl vom Saturn an. Er hat Flossen und keine Arme. Er hat kleine Löcher ohne externe Ohrklappen anstelle von regulären Ohren. Der größte Teil dieses Gasriesen ist kälter als das Herz deiner Ex, da die Temperatur etwa minus 220 Fahrenheit beträgt. Man kann nicht darauf laufen, aber man kann sich in eine Schneekugel oder einen Eiskristall verwandeln, wenn man sich extravagant fühlt. Die Dinge sind auf dem Jupiter ziemlich ähnlich, also ist es wahrscheinlich keine so schlechte Idee, sich in eine Robbe zu verwandeln und dort zu entspannen. Immerhin kann man dort mietfrei leben. Und fangt mich nicht einmal mit Neptun und Uranus an. Diese Kerle sind Eisriesen ohne feste Oberfläche. Also diese scharfkralligen Typen, die du in Filmen siehst? Ja, die existieren nicht. Außerdem sind diese beiden nicht gerade gastfreundlich für das Leben. Das ist Bernd, der so schnell er kann am Ufer des Sees langrennt. Er weiß, wenn er jetzt stehen bleibt, schwant ihm Böses. Mindestens tausend Mücken würden sofort zustechen. Aber was er nicht weiß, so schlimm wird's am Ende gar nicht. Also hab keine Angst, Bernd. Bleib einfach stehen! Mücken sind übrigens gar nicht so langsam. Sie schaffen immerhin 1,5 Kilometer pro Stunde. Und du kannst nicht ewig vor ihnen wegrennen. Nach weiteren Minuten sinnlosen Rennens bleibt Bernd schließlich stehen. Er schwitzt und verströmt einen für die Insekten attraktiven Geruch. Eine kleine Mücke fliegt auf ihn zu. Sie schwirrt neben seinem Ohr, landet auf seinem verschwitzten Hals und sticht zu. Sie durchsticht die Haut mit ihrem speziellen Mundwerkzeug. Du kannst es auch Rüssel nennen. Dann injiziert sie ihren Speichel, der dafür sorgt, dass das Blut flüssig bleibt. Jetzt ist die Mücke bereit, Bernds Blut durch den Rüssel zu saugen. Aber ihr Speichel löst eine allergische Reaktion aus. Genauer gesagt ist es Bernds Immunsystem. Es nimmt den Speichel der Mücke als Feind wahr und schickt Abwehrstoffe an die Stichstelle. Der Kampf zwischen diesen Abwehrstoffen und dem Speichel verursacht die allergische Reaktion, die mit Rötung, Schwellung und das Schlimmste, Juckreiz, einhergeht. Bernds Stich wird mehrere Stunden jucken, vielleicht sogar Tage, je nachdem, wie sein Körper darauf reagiert. Die Mücke saugt sich mit Bernds Blut voll und fliegt davon. Sie macht das aber nicht zum Vergnügen, sondern weil sie Eier legen muss. Das Protein im Blut ist für diese Insekten sehr wichtig, denn ohne können sie sich nicht vermehren, weil ihre Eier nicht wachsen würden. Und deswegen sind auch fast alle Stechmücken Weibchen. Männliche Stechmücken bevorzugen Pflanzen- und Blütennektar. Echte Kerle, was! Das vollgesaugte Weibchen fliegt also von Bernd weg und landet am Ufer des Sees, wo sich eine große Mückenbasis befindet. Hier legen die Weibchen ihre Eier ab, trinken Wasser und chillen in der Sonne. Es gibt Tausende, ach Hunderttausende von ihnen. Und sie alle haben Hunger. Das Weibchen hat Bernds Geruch anhaften, auf den auch die anderen Mücken abfliegen. Wusstest du eigentlich, dass es etwa 3500 Mückenarten gibt? Einige lieben den Geruch von Zucker, Parfüm oder Deodorant, andere stehen eher auf den Duft von schmutzigen Füßen. Wie attraktiv du auf Mücken wirkst, hängt auch davon ab, was du heute gegessen hast. Jede Menge Süßkram? Super! Jetzt strömst du einen leicht süßlichen Geruch aus, auf den die Mücken abfliegen. Aber falls du Knoblauch und Zwiebeln gegessen hast, machen die Mücken einen Bogen um dich. Wahrscheinlich nicht nur die. Bernd ist also durch seinen Geruch zum Mittelpunkt der Begierde geworden. Sie werden sich wie verrückt auf den armen Kerl stürzen. Wenn du abends in der Nähe eines Gewässers spazieren gehst, verschwitzt bist, schwarze Kleidung trägst und die Blutgruppe null hast, dann stehen die Chancen gut, dass du gestochen wirst. So wie Bernd, der alle diese Kriterien erfüllt. Die ersten Stechmücken landen auf Bernds Füßen. Sie stechen und saugen sein Blut. Eine winzige Mücke kann einen Bluttropfen von der Größe eines halben Reiskorns saugen. Das ist nicht viel, stimmt. Und was, wenn es mehrere Dutzend Stiche sind? Das ist schlimm. Bernd wehrt die Mücken mit seinen Händen ab, aber die Biester kommen immer wieder. So ein leckeres Abendessen können sie sich nicht entgehen lassen. Zehn, zwanzig, fünfzig, hundert Mücken! Sie bedecken Bernds Beine. Seine Haut schwillt an und wird rot. Bernd spürt ein Brennen. Sein Immunsystem arbeitet mit 100 Prozent und versucht den Schaden zu verringern. Aber je aktiver Bernds Körperabwehr arbeitet, desto schlechter fühlt er sich. Mücken sitzen auf seinen Händen und auf seinem durchgeschwitzten Shirt, das an seinem Körper klebt. Ja, ihr Rüssel kann durch so einen dünnen Stoff stechen. Bernd will weglaufen, aber er stolpert über einen Stein und fällt hin. Einige Insekten sind mit ihrem Festmahl schon fertig und fliegen los, um ihren Freunden von dem All-You-Can-Eat-Buffet zu berichten. Mücken vom ganzen See kommen, um von Bernd zu naschen. 200 Mücken laben sich an seinem Blut. Drei, fünf, sieben, neunhundert und jetzt 1000 Mücken haben ihn gestochen. Zusammen haben sie ein kleines Glas Blut aus ihm gesaugt, aber das Schlimmste ist, sie stechen ihn weiter. Nichts kann sie jetzt aufhalten. Die einzige Chance, ihnen zu entkommen, ist Wasser. Bernd ignoriert den Juckreiz, steht auf und läuft zum Ufer. Inzwischen haben ihn schon 100.000 Mücken gestochen. Sorry, Bernd, aber wir wollen die Dramaturgie deiner Geschichte für unser Publikum noch ein wenig aufrechterhalten. Aber keine Sorge, du wirst dich schnell davon erholen. Er kommt dem kühlen Nass immer näher. Die Mücken fliegen vor seinem Gesicht. Er hat Mühe, den Weg zu sehen, aber Bernd rennt weiter, fuchtelt wild mit den Händen rum. Und wir stellen uns den Moment vor, wie du nachts im Bett liegst und eine Mücke durchs offene Fenster ins Zimmer fliegt. Es ist nur eine, aber ihr hoher Summton ist sowas von nervig. Und jetzt stell dir vor, eine Million Mücken machen dieses Geräusch. Es ist wie ein Saxophon, das aber eben nur die hohen Töne spielt. Liebe SaxophonspielerInnen, fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Und unser Bernd? Vor Erschöpfung wird er langsamer. Sein Herz schlägt wie verrückt. Er spürt weder die Stiche noch den Juckreiz. Sein Körper ist schwach, aber er steuert weiter auf den See zu. Die Mücken haben ihm bereits drei Getränkedosen Blut abgenommen. Langsam wird's ernst. Bernd hat Fieber und sein Bewusstsein ist getrübt. Sein Immunsystem stößt an seine Grenzen. Bernd kann nicht mehr. Er kommt kaum noch vorwärts. Mit jedem Schritt wird es schwieriger. Das Ufer ist nur noch ein paar Meter entfernt, aber er hat keine Kraft mehr. Er lässt sich ins Gras fallen und ergibt sich der Situation. Mittlerweile hat er eine große Limoflasche Blut verloren. Das ist viel. Du wurdest wahrscheinlich Zeuge von einem der größten Angriffe von Mücken auf Menschen. Aber dann, in allerletzter Minute, kommt Rettung. Ein Frosch quakt in der Nähe und noch einer. Mehrere Dutzend springen näher zum Ufer. Sie strecken ihre Zungen wie Speere aus und fangen die Mücken. Bernd schöpft Hoffnung. Er startet einen letzten Versuch, in den See zu kommen. Er springt und... Ja! Was für eine Erleichterung! Kaltes Wasser umhüllt seinen Körper und lindert den Juckreiz und die Reizung durch die Stiche. Er bleibt noch im Wasser, während die Frösche die Mücken verspeisen. Die restlichen Biester fliegen davon. Bernd krabbelt aus dem See. Er sieht Frösche, die die Mücken fangen und begreift, wie wichtig diese lästigen Insekten doch für unseren Planeten sind. Frösche leben dank dieser winzigen Biester. Und es gibt noch viele andere Tiere, die sich von Mücken ernähren. Eidechsen, Spinnen, Fledermäuse, Vögel, Schildkröten. Die Liste ist lang. Mücken sind für sie eine unerschöpfliche Futterquelle. Denn ein Paar kann 200 Eier legen. Sie wachsen schnell und ihr Leben ist kurz. Wenn all diese Insekten verschwinden würden, hätten wir eine ökologische Katastrophe. Ganze Tierarten würden von der Erdoberfläche verschwinden. Die Frösche, die Bernd gerettet haben, würden verhungern. Ohne Frösche würde die Population anderer Insekten, wie zum Beispiel der Fliegen, wachsen. Sie könnten sich dann unkontrolliert vermehren und dann würden, wie fallende Dominosteine, andere Probleme folgen. Also Bernd, sei nicht sauer auf die Mücken, sie gehören zur Natur. Kümmere dich lieber um deinen Juckreiz. Sein ganzer Körper ist rot und mit kleinen Beulen übersät. Er fängt an zu kratzen, das hilft natürlich nicht, sondern macht es nur noch schlimmer. Solange der Mückenspeichel in Bernds Körper ist, bekämpft ihn sein Immunsystem. Aber zum Glück gibt es verschiedene Öle und Salben zur Linderung. Am besten wäre es natürlich, es zu ignorieren. Bernd muss sich nur mit etwas ablenken, dann verschwindet der Drang, sich kratzen zu wollen. Er hat so viele Mückenstiche ohne gesundheitliche Folgen überlebt. Aber manche Menschen bekommen schon Probleme, wenn sie nur von einer gestochen werden. Das hängt davon ab, ob sie Allergien haben. Normalerweise ist es nur eine kleine juckende Beule. Aber bei einigen kann aus einem Stich eine schwere Entzündung entstehen. Aber nicht bei unserem Bernd. Er sieht nur aus, als ob er die Röteln hätte oder eine ausgeprägte Akne. Natürlich kann man sich mit Insektenspray vor so einem Mückenangriff schützen. Bernd macht das jetzt auch. Vor jedem Lauf sprüht er sich großzügig damit ein. Okay, damit hat er die Mückenplage im Griff. Aber was ist mit den riesigen Hunden, die Joggern gerne in die Waden beißen? Hey, war noch Spaß, Bernd. Entspann dich.